Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Gut, ich kann an der Qualität im Moment noch nicht viel ändern, aber erstmal ist Anfang jetzt Anfang. Ich halte jetzt die Klappe. Jetzt kommt die erste schöne Szenerie. Viel Spaß. Kratos besiegte Ares. Und so wurde der einst sterbliche Krieger, der neue Kriegsgott. Doch viele der anderen glückte auf dem Olymp nie die Kratos. Für sie war es mehr Szenerie, dass ein Sterblicher zum Gott aufgestiegen war. Kratos aber lag nichts an der Gunst der Götter. Seine neue Familie waren die Kriege Spartas. Die blutige Schlachter lenkten ihn vor der Vergangenheit ab. Kratos, mein Herr, eine weitere Stadt wird fallen. Bald werden alle vom Mund Spartan hören. Genug, Kratos. Mit jeder zerstörten Stadt wird der Zorn des Olums wachsen. Bald wird es mir nicht mehr möglich sein, dich zu schützen. Ich brauche dich nicht. Vergiss nicht, dass ich aus dir einen Gott gemacht habe, Geist von Sparta. Wende dich nicht von mir ab. Ich brauche dich nicht. So lässt du mir keine Wahl. Kratos verwandelte den Schmerz seiner Erinnerungen in Hass. Hass auf die Götter, die ihn nicht von den Albträumen seiner vergangenen Taten erlösen wollten. Und so zog Kratos nach Rollos, um der Belagerten statt den Todesstoß zu versessen. Atena, du hängelst dich gegen mich? Und so zog Knot. So, und los geht's. Ich weiß, die Qualität ist noch nicht sehr berauschend, aber Leute, daran jucken wir uns nicht, weil das Spiel ist einfach oberaffengeil. Huch, was mach ich mir? Das wollte ich gar nicht. Komm her, du Sau. Ja, mit der Qualität werde ich noch gucken, was ich da mache. Ich wollte erstmal einfach aufnehmen, weil ich dachte, ach, Next Generation ist das hier geil. Und das wird es auch. Das wird sicherlich total geil, meine Freunde. Dieser Part wird noch nicht so lange, das ist mehr so ein Testpart, um zu gucken, wie mache ich das jetzt mit der Qualität und Bar und Hub. Aber halt kriegen wir schon Eis in die Bar. Gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Komm her. Oh, da hast du davon, du Neger-Tück. Ich bin so hochgeregt, ich drück einfach nur Wildknöpfe. Oh, ne. Ah, das Spiel ist so geil. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran, wie ich an diesem Let's Play. Ich hoffe, die Qualität ist halbwegs in Ordnung, weil sie bleibt wenigstens halbwegs in Ordnung. Krass. Ich versuche, das jetzt schon seit Stunden hier, eine halbwegs vernünftige Lösung zu finden, um die Qualität gut hinzukriegen. Ja, weiß ich schon, weiß ich schon. Aber so leicht ist das gar nicht, wie das aussieht. Und ihr seht ja jetzt schon, dass das ziemlich mal am Ruckel ist zwischendurch und sehr buckt. Davon lasse ich mich jetzt erstmal nicht ablenken. Das wird schon alles. Nie wahr? Und wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, mech, grad einfach in den Kommentaren. So. Komm hier, du Kack-Typ, du. So. Weiter geht's. Aufpassen, aufpassen. No. Nimm dein Patsch-Händchen ab, weg. Sau. Ich will da durch. In der Lebenssynergie brauchen wir nicht Magie, wäre nicht schlecht. Oh. Jetzt müssen wir uns mal erklären, wie wir eine Leiter hochkraxeln. Tja, mega ätzend. Ja. Oh, mir läuft die Nase. Tut mir leid, ich bin biskinder kältet. Dann kann ich jetzt im Moment nichts ändern. Warten jetzt wieder. Ja, ja, aus. Huch. Komm hier. Der Datensau. Jetzt soll ich erstmal den Stein auf den werfen. Das wäre nicht so schön. Zack. Ja, wenn ich die du mal alle meine Pläne. Das nutzt dir nix. Ey, das war nicht geplant. Du Sack, du. Sau. Komm hier. Ich liebe diese Attacken. Ich schmeißt der einfach wieder nach Menschen mit mir. Bist du denn behindert? Endlich. Ich schätze mal, da wird ein relativ kurzer Part. Ich werde ab dem ersten Speichelpunkt einfach mal einen Cut setzen. Ich weiß, der drückelt sehr, meine lieben Freunde, aber... Das ist das Spiel einfach wert. Das kriege ich auch schon irgendwann mal in den Griff. Verspreche ich euch. Komm schon. Ja, 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 ja. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass ich jetzt C drücken muss. Wie jetzt? Ich hab Vollrad gedrückt. Lügt nicht, du. Hund. Eine deiner Mutter. Boah, du. Sack. Ja. Du empfindest ja auch Schmerzen, ne? Na, komm, 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 komm. Du empfindest ja auch Schmerzen, ne? Ja, 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 ja. Und den Typen O-No mitgenommen? Sauber. So jetzt, komm, A-Rab. Los, 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 los. Gleich nochmal den Spaß. Du gesagt haben wir die ganze Zeit Quadrat durch, kommt sowieso kein anderer. Hier. Und da hast du davon, du kleiner, Hohen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sehr ausfallen werden, das habe ich aber dann doch nicht getan. Puh, kriege ich ja Adrenalinschock hier. Ich bin mal gespannt, ob das alles hindert. Ich kriege eine Krise, wenn ich dann auch alles hier normal machen muss. Ist gut. So, hoch, 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 hoch. Ach komm, überschreiben wir einfach mal ein. Fertig. So. Gut, liebe Freunde, das war für den ersten Part von God of War 2. Ich hoffe, es hat euch genau so gut gefallen und ihr freut euch darauf auf kommende und weitere Parts. Also Leute, haut rein und bis denn. Tschüss!